Hallo, ich bin Max Nikule, der Neuzugang von Hertha BSC und ich schaue mir jetzt eine Wohnung an. So viel haben wir jetzt nicht gesehen von Berlin, eigentlich nur die Wohnungen von innen, aber von dem, was man aus einem Auto rausgesehen hat, war es sehr schön. Es war sehr anstrengend bis jetzt, aber ich denke auch sehr erfolgreich. Also ich denke mal, dass wir heute wahrscheinlich auch eine Wohnung gesehen haben, die wir vermutlich nehmen werden. Ja, Vielfalt. Also ich erwarte eigentlich, dass man sich hier nicht satt sehen kann, dass man, denke ich mal, ein paar Jahre hier beschäftigt ist, bis man wirklich alles erkundet hat und bis man alles gesehen hat. Ich hoffe, dass ich einen großen Anteil haben kann an der Zukunft von Hertha selber und auch an dem ganzen Erfolg, den ich hoffe, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall aufbessern können. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so gut sind.